Jetzt können wir die Stämme hier endlich mal ablegen. Ich habe uns ein Stammlager aufgebaut. Das Fleisch brät. Cool, in einer sehr sinnvollen Position. Aber das nicht ganz im Weitrum liegt. Ach, da ist das Dorf! Hat das ja nicht gefunden. Ja. So, ich nehme jetzt, ich gucke jetzt, dass ich Seile kriege, hier. Mach dies. Oh, Dynamit. Nice. Und wenn du irgendetwas findest... Wenn du irgendetwas findest, was wir zum... für das Bild brauchen können, ich bin das auch mit. Ich bin Kaninchenstall, also falls du Kaninchen hast... Die, äh, kannst du in der Falle fangen. Ich habe eine Kaninchenfalle. Ah, ich habe die Passagierliste gefunden. Na toll. Und wer steht auf auf der Liste? Die Passagiere, die wir finden können. Joon, die wir tippen sind. Na toll, ich brenne. Mach mal nicht. Wie kann ich mich löschen? Ach so. einfach ausbrennen ich habe mal samm bringt ja relativ wenig das heißt was zum anpflanzen ist ich habe schon genug zum anpflanzen da bringt man das bild ich habe keine ahnung ich weiß nicht ich mache ich brenne ich glaube es wird langsam nacht ja ich habe gerade eine bessere waffe gebaut so dann gucken wir doch mal wie geht denn der bogen also ich lage uns hier materialien dass du steine brauchst oder holzen was du mal als material brauchst stein oder holz habe ich hier schon gedacht das erleichtert das bauformen einiges ja cool ich habe hier gerade sämtliche waffen aus dem spiel aber sonst mehr weg abgeben ich habe nur noch meine hand mein ding du musst die scheiße schon selbst bauen wollen wir mal die nacht überspringen kommen wir kurz ein paar pfeile wenn ich mal die seite finden würde wo waffen aufgelistet werden du gehst ins inventario zu ist irgendwas irgendwas wenn ich mit so lang dies dann hoferst du über das zahnrein dann siehst du was du draus machen kannst na nix kann ich draus machen ja guck mal das ist die bessere axt eine aus stein und wie hast du das gemacht in dem ich sie gemacht habe im inventar ah ja wahrscheinlich erste steine hat viel gebraucht sie mal den stein ins inventar dann siehst du ein zahnrad oder ja aber nur verständliches zahnrad ja hoffen wir mal drüber mit dem mauspfeil mhm da muss man stricke für schade dass ich keine stricke habe moment hier bitte noch ein ich habe nämlich schon alles daraus gebaut was nötig ist jetzt dank sondern jetzt schlafen besser axt das kann man jetzt noch machen und bogen solltest du bauen und wir sind zu spät jetzt müssen wir erstmal kämpfen na toll da sind die jungs ich stehe du hast hier die waffen da brauche ich aber irgendwie noch was brauche ich dazu irgend für stoff oder so brauche ich noch für einen bogen ja könntest du jetzt bitte die nacht überspringen es sind gerade alle gegner down das dauert einen knopfdruck mach das bitte ja danke so jetzt können wir kämpfen ich glaube ich hatte erstmal müssen wir was essen oh zähne ich mache uns knochen weil willst du lieber fleisch lieber was zu essen na wir haben noch denn du kannst essen ich muss gerade neu auflegen wir haben wir haben dann nicht mehr so viel dann gebe ich mir mal mehr schaden dann gebe ich mal mehr schaden ja die axt dürfte jetzt mittlerweile relativ stark sein was kann man aus aus knochen machen aus knochenkarts rüstung bauen und deinen verbesserten sperr ich habe nur zwei knochenkarts rüstung ich würde auch eine knochenkeule empfehlen dies gut abgönt sperrung aber ich habe nur zwei knochen da wollte ich noch einen dritten nein hast du dann nimmt nimm dir wir haben mehr als genug hier ich habe noch keinen bogen aber was soll es wo hast du knochen wo hast du knochen im feuer so außerdem klage ich jetzt zwei knochen rüstung ich nicht oder ah nein hier eins so ein schädel kann man da auch noch viel benutzen ja finde ich noch ein koin oder für totems ich trink mal eben was reicht sogar für zwei mal 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 mal trinken können wir an unserer trinkstation wenn sie voll ist sehr schön habe ich gerade getestet jetzt ist sie wieder leer was bruchte ich dafür ein bogen hast du gesagt gekäftet bei sticks brauche ich dafür und stoff wo steht man stoff her stoff hättest du in koffern hast du gesehen dass ich gerade ein vogel durchs fenster geschleudert habe eine bessere axt brauche ich auch noch du hast schon die bessere axt ich habe die flugzeuge ach so stimmt ja beziehungsweise es gibt noch eine bessere aber die müssen wir suchen gehen und ich weiß nicht inwiefern mein fortschritt gespeichert wird deshalb könnte das alles super scheiße werden sobald wir hier einmal abbrechen aha also potenziell ist das hier der einzige und letzte stream den wir machen weil ich habe keinen bock alles noch mal komplett neu zu machen ohne equipment aber ich habe ja gespeichert das heißt du musst du bei mir ja ja cool aber es ändert nichts an dass man den charakter fortschritt offensichtlich nicht gespeichert wird wir kannst du es irgendwo ablegen oder so oder moment moment ich wir können es ja ganz kurz mal checken jetzt erst mich noch nicht so schlimm oder du kannst oder du kannst mal versuchen vielleicht gibt es irgendeine möglichkeit dass das ablegen kannst dein inventar und beim nächsten mal ich exite jetzt mal ins main menu entweite mich noch mal dann wissen wir es weil jetzt ist es momentan noch nicht so schlimm wenn ich das nicht weiß wie es geht display gameplay mir sagt wie ich das hinkriege du in weitest mich so wie letztes mal auch da war ich im startbildschirm dann gehe auf die friendlist und schickt mir ganz normal über rechts klick eine einladung keine idee wie lange wie oft haben wir das in der vergangenheit schon so gemacht es geht hier nicht guck ich mal ob das geht ah ja ich kann auch einfach beitreten sehr gut jetzt finden wir mal raus ob ich auch tatsächlich da starte oder ob ich wieder ich habe ja so eine stadt der personen krieger 0 bin ich in deiner lobby ja du bist in meiner lobby ich sehe deinen namen aber ich habe hier so ein ich bräuchte eine unterstützung der bin krieger ja cool ich habe gar kein equipment mehr und ich starte offensichtlich komplett neu da gibt es vielleicht irgendeinen weg dass du das dass du das ablegst es gibt keinen weg die items abzulegen gut aber zugeben ich habe auch gerade ausversehen auf new geklickt also von daher da geht es vielleicht doch Mon ich brauche deine hilfe hier cool ich habe jetzt nur die flugzeugaxt ja komm jetzt die kannst du gebrauchen zum kämpfen ich bin hier gerade am sterben komm mit deinen flugzeugaxt hierher ich kann nur unter mich spenden aber ja ich komme wir haben jetzt immer noch nicht herausgefunden ob das jetzt geht oder nicht ne ich werde jetzt gleich noch nochmal die neue axt kraften die seile müssten respawn sein ich bin hier belagert von einem typen also wenn du so nett sein könntest und herkommen könntest Moment ich komme hier auch nicht mehr raus äh der steht vor meiner tür und lässt mich nicht mehr raus äh also wenn du mich mal befreien könntest ich muss erstmal vom flugzeug hier rüber kommen und bogen habe ich auch keine alles ganz entspannt so jetzt zielen wir und feuern den pfeil irgendwo ins nichts du bist übrigens die option raus zu gehen und zuzuschlagen ich weiß nicht ob dir das bewusst ist gerade immer die tür versperrt wie macht man pfeile für den bogen indem du pfeile machst wenn du vögel killst dann sporn welche ich hab die stammeswaffe gefunden ja man ich hab vogelfleisch ja ich hab ich hab deren waffe das deren hoffding scheinbar geduldet natürlich einen von denen voll in die fresse voll in die fresse boom und schädel ist weg ah ja warte das fertig wird gut das aber das was ich gerade wissen muss äh dann äh ich hab hier was in der hand ich speichere jetzt einmal ganz kurz hier und jetzt gehe ich noch mal kurz raus und dann gehe ich noch mal rein mach das diesmal mache ich das aber richtig weil wäre sonst blöd hey ich gehe beitreten continue jetzt sehen wir gleich ob ich da spawne oder nicht ja ich hab auch noch alles alles klar sehr schön muss man die leute kurz weg holen ähm so vielleicht wäre es gut wenn wir das Dorf in der Nähe ausrücken könnten das können wir nicht die spawnen da immer könnten wir hier in Frieden leben äh wir können aber gucken ob die seine respawn sind wir haben zwischendurch geschlafen das wäre nämlich mir ganz recht ich bräuchte was zu essen sind die Menschen schon fertig äh die sind nur für Knochen da momentan ich bräuchte mal ein bisschen Fleisch äh wir haben hier überall äh irgendwelche Beeren und so weiter müsst ihr eigentlich rechnen ja das Zeug ist respawned alles klar sehr schön das heißt mehr Elektronikteile für uns oh ok äh die Seile noch nicht schade oh Custom Floor ah jetzt entdeckend die Signalfackeln nice Stick Fans und zieh mal einen Zaun auf äh kannst du gerne machen doch Seile sind auch gespawnded da kommen die Leute vielleicht dann kommen die Leute vielleicht nicht so leicht hier rein ich meine wie gesagt es ist die dummste Position die wir eigentlich haben können direkt neben dem Dorf aber ach passt schon ja noch wenn da 100 Leute nachts kommen dann ist es nicht so schön wenn du direkt neben dem Spawn bist aber ich bräuchte grad einen Zaun auf vielleicht hilft das so ein bisschen kurzzeitig ja ok gut dass der Zaun hier nicht mehr weiter geht so falls du ins Dorf kommst hier liegt unten eine Menge Cola ins Dorf will ich ja nicht rein da sind ja die Leute nein das ist momentan leer wir haben gerade alle getötet die es gab ok wo geht es lang zu doof du findest es schon naja schauen ob ich es finde du hast dir eine gefühlte Ewigkeit gebraucht ja du hast glaube ich in die falsche Richtung ja ich habe auch hier gerade Holz wo ist die Hütte die Hütte findest du glaub mir gerade irgendwie nicht ah da ist so sie wird dir auf deinem Bildschirm sehr groß angezeigt egal wo du bist ja blöd wenn der Heimblütschirm von Holz verdickt ist ich bräuchte mal wirklich was zu essen ja dann komm ins Dorf hier gibt es essen und trinken ich habe Schokoregel und wilde Menschen nein es gibt momentan nicht ich lute gerade die Koffer ich habe Alkohol das heißt ich habe Molotow Cocktails nachher viel Kloch ich habe Medizin der erste Zaun ist fertig der erste Zaun ist fertig ich habe einen Ball ich habe mich gerade mit irgendwelchem Zeug eingereben warte ich komme lass mir noch was übrig ich bringe die Stecker für unseren Zaun mit ich habe Fisch ich habe Fisch nein die Koffer jetzt sind die natürlich leer ja weil ich gerade gelootet habe ein Stein kann man nicht deren Häuser abbauen hier nein hast du das für Essen für mich da ist der schon gelootet wo gibt es Essen ich kann uns kurzen Fisch backen ok warum bin ich hier wo gibt es für mich nichts mehr zu holen und auch Tücher Federn und Fleisch auch Federn vor allem Federn so dann machen wir uns mal wieder die Axt ich bedanke mir mal was zu essen und was zu trinken ist auch gut aber ich habe gerade also ja cool ich habe gerade einen Vogel erledigt einfach den Menschen hier nein den nicht weil das ist ein zivilisierter Mensch den kannst du nicht essen muss man ja alles selber machen ich habe in allen von den Koffern ja natürlich musst du alles selber machen du könntest mir auch netterweise mal hier ein bisschen was zu essen abgeben Achtung da ist einer hinter dir lol wo kommt der denn her seit deren Dorf der ist gerade in meinem Gesicht gespawnt ey ich hau hier gerade mal ab was schwer ist weil ich gerade weil ich am hungern bin tu dass ich klopke ich klopke die Dame hier kaputt ich sterbe hier eventuell gerade und mal eins was zu essen würde mir weiterhelfen aber gut ja dann mach dir halt was wir haben stimmt dann war kurz ich will hier noch geben Leute hier gibt es Beine ich bin gleich eh tot ich habe keine Medizin wenn ich nur wüsste wo ist was du was du Medizin hast müsstest du ach ja schaffe ich nicht ja weil du hier alles lootest sorry mein lootfinger ich geh mal grad zurück zurück zur Hütte und versuch dort ok ich bring dir mal eben wo ist die Hütte ich glaube gerade in der Komplett falsche Richtung ach da war jetzt wirklich 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 bohre ich ja da habe ich wirklich wirklich nein ich habe gut wenn wir zu hause sind da kann ich mal das geiles auf den Grill legen plus Beine ja wenn ich es nach hause schaffe du schaffst das nach hause glaube ich nicht ich habe Medizin hier alles gut ich bin gelaufen Toten mitnehmen wenn du auch ich bin grad im Dorf kommst ja und ich geh auf grad auf der anderen Seite lang hab so Frau über der Schulter ja scheiße ich habe keine Energie mehr wenn die mich treffen bin ich tot ich kann nicht rennen ja schaffe es ist momentan niemand da doch bei mir ist hier einer bei mir ist jemand keine Ahnung ich kann nicht rennen ich bin tot dann ist dem so heilige scheiße und ich kann nicht rennen ich habe ein bisschen Hilfe ich habe auch nichts bringt dich so beide drauf gehen so meine Fresse jetzt kann ich kommen ich schleiche hier vor mich hin und werde von einem Typen verfolgt du hast Waffen schlag drauf zu die sind nicht stark und der Tod ist noch weit das zum Camp Mordi ich komm doch schau ich brauch ja auch zwei Minuten zum Laufen mein Gott ich brauch fünf mein Gott sein Verfolger ist doch nicht mal wirklich stark der ist doch nicht mal mehr da sie tun grad das die Bäume da ist doch nicht mal was machst du ja so ein Stress machst du ja so ein Stress ich habe es nicht ich habe Stream bereit im Video beweist dass die ganze Zeit mich jemand verfolgt hat Mordi wissen wir verarschen meine Fresse du hast Waffen benutzt sie du sollst wirst du Amerikaner erst schießen dann fragen bin ich immer noch nicht gestorben nicht dank dir habe es irgendwie geschafft bisher zu überleben ja ist doch cool hast du es bis jetzt geschafft zu überleben manchmal sehr sehr knapp könnte das Fuckfeuer endlich mal angehen Feuer wäre nett so sie brennt ich hole uns mal einen Fisch drauf äh ja was auch immer Fleisch das erste Essbare was ich kriegen kann das und das und das aber diesmal für Essbare was nicht für Knochen hast du ein bisschen Medizin vielleicht wie wäre es damit ja habe ich ich habe leider dieses Scheiß äh Silbertablet nicht mehr ich hätte eins ja das bringt das bringt nichts kann dir so keine Items geben ich kann das Silbertablet geben du kannst mir das nicht geben das ist scheiße dann muss ich wohl sterben ja dann musst du dir halt deine Ressourcen selber zusammensuchen mein Fräser ja sorry ist halt das Spiel nur weil du da anfängst zu looten und alles weg weggreifst und wo kriege ich jetzt Medizin her der nächste der nächste Mensch der oder das nächste Tier was mich angreift von Bonn hattet mich Moni ich bin sowas von am Arsch und ich kein Medizinkrieger sag mir wie sag mir wie ich habe L-Gepflicht hilft das was so ein bisschen Pure Verschwendung das haben wir ja die Ressourcen selber zusammen wenn du die ganze Zeit nur bei der Basis wenn du die ganze Zeit nur bei der Basis wenn du die Koffer hast nur der die Koffer loot ist jetzt ja mal auf mich warten können hätte ich auch was gehabt du hast die ganze Zeit nur deinen Zaun weiter gebaut wenn du ich wusste ja nicht dass du uns rauskommen willst habe ich zwei gesagt aber ja als ich schon mit den Koffern durch war der feine Herr es liegt doch sowieso tausend Sachen oben kommst du mal rein und skips die Nacht oder willst du es durch machen geht grad gar nicht bin zu krank um zu schlafen rück einfach Z geht grad wirklich nicht dann drück mal C vielleicht bringt's was kann ich speichern muss ich im Stream wirklich nachgucken es geht grad wirklich ohne Witz geht's grad nicht oh ja geht wirklich nicht du bei dir muss du musst schon mal noch ein bisschen warten ich könnte das muss ich machen um ähm äh warten übrigens Essen ist fertig ich wollte die ganze Zeit was zu essen ich hab schon ein bisschen was gegessen aha tja ich kann nicht schlafen ja da musst du halt eben warten was haben wir denn so schönes hier warum zum Henker kann ich nicht schlafen ich sehe draußen auch nichts meine Fresse ich sehe draußen auch nichts ich kann mal schlafen sag mal was ist mir los ist das spiel verpackt oder was nein du bist du kannst einfach nur nicht schlafen punkt und das ist was das hier ist wieso kann man es halt doch du musst doch ein bisschen warten du hast sogar eine anzeige habe ich nicht du hast diesen mond der voller wird das mond symbol habe ich nicht wenn du da dran gehst an dieses bett beziehungsweise an den punkt wo schlafen kannst dann hast du da ein mond symbol oder ja das ist voll jetzt kann ich schlafen na toll ja jetzt kannst du schlafen ist auch verarschen spielen es ist nicht so komplex ich habe übrigens eine lampe gebaut jetzt bricht mal wieder essen dann geh raus und such dir was zu essen ich trinke mal hier eine soda schön jetzt gucke ich dass ich vögel jage weil es ist ein nächstes mal nächstes mal komme ich gleich mit meine fressen ich jetzt was zu essen ja auch hier ist essen gespawnt ja sehr schön hey hey ich bin geblieben mein essen es ist ein tod gestürzt mein loot ok ich nehme das leder du das essen bin ich einverstanden habe ich das essen ich habe das ist mir das einfach mitten ins gesicht gespawnt sachen gibt es so so und damit habe ich die pfeile gibt jetzt auch mit seinen fähnen an ich habe einen wohnen mit dem wird das schon wieder ist doch gut haben wir wasser siehst du ich habe pfeile ich habe so da ich habe zwei jörg auf die jagd gehen ich habe zwei köpfe das kann ich eigentlich damit machen mal gucken kraftets ja genau oder halt für bausachen es gibt relativ viele d dekorationsobjekte mit schädeln ich habe einen stock mit einem ich habe das stock mit einem schädel dran fantastisch kann ich das haus dran machen oder äh nein der das ist eine waffe und zwar eine relativ starke sogar beziehungsweise eine relativ schnelle schädelkopf die schädelkeule ja das sind die ich vorhin die ganze zeit genommen habe ich habe jetzt halt die stärkere loot variante davon der tatsächlich naja ist genauso viel damage wie eine wie eine axt ja aber die ist schneller nicht wirklich nicht wirklich schwingen sie mal schwingen sie mal schwingen sie mal mit spämen also so wie ich jetzt gerade hier ja geht so schön weiter stück suchen ich habe jetzt erst mal federn zehn pfeile sollten erst mal reichen das ist ein rei moment warte mal Hey! Hey! Pass auf, dass du mich nicht triffst. Hab ich dich getroffen? Kann gut sein. master. Not. 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 Nichts. Nichts.